Konnichiwa! Meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute habe ich was ganz besonderes für euch, denn heute schauen wir japanische Vines. Und ich würde gar nicht gerade so lange rumfackeln, deswegen würde ich sagen, wir beginnen in 3, 2, 1, let's go! Okay, das ist der Klassiker, glaube ich. Ich habe den Kennen-Fassaden. Ah, das war ich doch schon eine Werbung? Okay, verstehe ich nicht. Okay, der war gut. Wie ist das so gut mit seiner Hand? Super! Alter! Wie heftig! Ahahaha! Sah gut. Oh, schau mal, da bin ich. Okay? Was ist da gewesen? Ich habe dich mitgekriegt. Ich glaube sie haben mich schon mal mit mich angeschaut auf dem Kanal, kann das sein? So halb. Hi süß! Oh Gott, süß! Alter! Was ist los mit denen? Was ist los mit denen? Was zur Hölle? Ich dachte, jetzt kommt doch was. Hi, hi! Hi, hi! Ah! 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 Wie stylisch! Oh! 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 Hahaha Haha, das ist ein Schult! I'm riding faster I Oh Alright Guys I'm going to tell you most important five words in English Fuck you see tits dig bitch you better study Also ich fand das schon eigentlich ganz geil. Ein bisschen kurz, aber ganz geil. Aber es irritiert mich schon ein bisschen im Vergleich zu den amerikanischen Weins. Es ist doch schon ein bisschen anders und ich glaube, wenn du komplett japanisch könntest, wäre es auch nochmal ein Ticken lustiger. Weil es schon Wortwitze oder ein paar Situationen zu erklären. Ich weiß schon, was ich meine. Auf jeden Fall. Habt ihr Bock, noch mehr Weins zu sehen? Dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Also wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Sayonara! Aaaaaah! Aaaaaah! AAAAAA! Untertitelung des ZDF, 2020